Hallo! Heute wird es besonders magisch mit Amelie van Tass und Tommi Ten. Nämlich liebe Freunde und Fans von Global Family, wir haben uns eine magische stille Auktion für euch überlegt. Ja, nämlich quasi uns beziehungsweise unsere Show in einem besonderen Rahmen. Ganz privat für euch, für eure Freunde oder für eure Familie. Genau und das Ganze wird im besten Wellness-Hotel der Alpen stattfinden im Fünf-Sterne-Hotel Klosterbräu in Seewelt in Tirol. Dazu Gourmet-Pension und natürlich ein Spa. Ja, vier Tage, drei Nächte seid ihr in diesem wunderbaren Hotel und irgendwann wird dann auch unsere Show dort stattfinden. Ihr seid dabei ganz close-up sozusagen, werden wir gemeinsam einen magischen Abend veranstalten. Wenn ihr wollt, dürft ihr dazu gerne dann noch Freunde oder Bekannte einladen oder ihr genießt sozusagen die Show nur für euch. Und dazu gibt es Wein vom Weingut Kehringer und für alle, die es gern mit nach Hause nehmen möchten, auch noch ein Erinnerungsvideo. Also die perfekte Kombination. Unsere einmalige magische Show, ein wunderbares Wellness-Hotel, gutes Essen, gute Weine und ein Erinnerungsvideo. Ich würde sagen, steigert jetzt mit, gebt alles, weil jeder Cent, jeden Euro den ihr hergibt, hilft Familien, die sich vielleicht leider keinen Urlaub leisten können. Also mitmachen, steigern, steigern, steigern und wir können es kaum erwarten, euch zu verzaubern. Wir sehen uns dann in Seefeld in Tirol. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.